DeLaria Hey Sophie, wie läuft's bei dir so am Strand? Es läuft ziemlich gut am Strand. Ich entspanne mich gerade und... Oh mein Gott! Was ist los? Ich sehe ihn! Wen? Markus! Nicht dein Ernst! Doch, er ist gerade am Getränkestand! Hör zu Sophia! Du musst ruhig bleiben! Er darf dich nicht sehen! Zu spät! Er hat mich schon gesehen! Schau einfach weg! Kann ich nicht! Wieso denn nicht? Weil er gerade herkommt! Oh nein! Entfern dich vom Strand! Okay, mach ich! Sophia! Wo bist du jetzt? Im Hotelzimmer! Ich verstecke mich da gerade! Bewege dich ja nicht von der Stelle! Hörst du? Sophia! Hallo! Ja, ich bin da! Bleib wo du bist! Okay, aber er schaut gerade hoch zum Fenster! Schau weg! Okay, mach ich! So, ich sitze jetzt auf meinem Bett! Okay! Gut! Fünf Minuten später! Oh nein! Er klopft an meine Zimmertür! Mach ja keine Geräusche! Bleib einfach ruhig! Okay, ich werde es versuchen! Schatz! Ich habe Angst! Keine Angst! Ich lasse nicht zu, dass dir was passiert! Du bist meine beste Freundin! Ich komme zu dir und hole dich da raus! Wie? Er wird dich kriegen! Keine Angst! Mir passiert schon nichts! Okay, aber beeil dich bitte! Gut! Ich bin schon unterwegs! Schatz! Wo bist du? Ich fahre gerade mit dem Auto hin! Ich bin gleich da! Bin da! Mach das Fenster auf! Okay, mach ich! Oh mein Gott! Ich bin so froh, dass du da bist! Ich auch! Komm, raus hier! Okay! Zehn Minuten später! Seht es dir schon was besser? Etwas! Ja! Schatz! Ja? Er ist an der Tür! Wer ist an der Tür? Wer ist an der Tür? Na, Markus natürlich! Sophia, ich sehe aber niemanden! Doch! Der war hier! 100%ig! Okay! Ich schaue nach! Wo gehst du hin? Na, nachschauen, ob er dort ist! Tu das nicht! Keine Angst! Mir passiert schon nichts! Okay! Aber sei vorsichtig! Zehn Minuten später! So, Sophia! Ich habe niemanden gesehen! Sophia? Wo bist du? Hallo, Delaria! Ich habe Sophia festgenommen! Du kriegst sie nicht mehr zurück! Hallo, Delaria! Ich habe Sophia festgenommen! Oh nein! Er hat Sophia! Was mache ich jetzt bloß? Hallo? Wer ist da? Er ist Markus! Du verdammter Mistkerl! Was hast du mit meiner besten Freundin gemacht? Pssst! Wir wollen ja nicht frech werden! Schatz! Hol mich hier raus! Sophia! Ich werde dich da rausholen! Ich verspreche es dir! Zehn Minuten später! Schatz! Da bist du ja! Pssst! Ich werde dich hier rausholen! So! Jetzt raus hier! Mein Gott! War das ein Abenteuer! Was machen wir jetzt wegen Markus? Ich werde die Polizei anrufen! Und sagen wo er ist! Unglaublich, dass die Polizei ihn entlassen hat! Er wurde nicht entlassen! Er ist geflohen! Hallo? Ein Spinner hat meine Freundin entführt! Sie ist zwar jetzt wieder gerettet, aber er läuft weiterhin auf freiem Fuß! Oh! Bis dann! Und? Was sagen Sie? Dass wir hier warten sollen! Zehn Minuten später! Hallo! Hier! Hier! Bitte! Kommen Sie hier rein! Vielen Dank! Vielen Dank! Sind Sie entführt worden? Ja! Das bin ich! Ihre beste Freundin hat mir erzählt, wie Sie entführt worden sind! Aber jetzt sind Sie in Sicherheit! Können Sie mir ein Foto zeigen, wie die Person aussieht? Hier! Das ist er! Der ist der Entführer! Ja, das ist er! Gut! Wir werden ihn so schnell wie möglich finden! Drei Tage später! Mann! Endlich haben sie ihn wieder verhaftet! Und er wird beobachtet, falls er versucht, wieder zu flüchten! Falls er das versucht, kriegt er einen Elektroschock! Die Polizisten sollten ihm nichts glauben! Und das ist das Ende der Geschichte! ZStatinen Sollt